Ja, hallo, froh wie Freunde. Samstag, 26. August. Ich bin den Lein noch am Wenden mit dem Kreiserschwader. Man sieht, Stammgas ist langsam gemütlich, einfach noch schnell, nein, eben nicht schnell. Den Lein, die schwarzen, nochmals wenden, damit das Grüne darunter jetzt nochmals nass trocknen kann. Wir werden voraussichtlich heute Abend dreschen. Es hat mir eine kleine Änderung gegeben. Eigentlich wollten wir ja morgen, Sonntag dreschen. Aber der Wetterbericht meldet wieder, es könnte Regen geben. Um die Mittagszeit schon und jetzt ist alles wunderschön. Also man hört es, oder, im Hintergrund. Es ist der Klipperdür, das Ganze. Einfach unter der Made, unter dem Schwad ist es noch etwas, hat es noch etwas Grün. Und das darum wende ich jetzt noch und damit, dass da auch etwas luftiger wird. Ich erhoffe mir ein besseres Dreschen damit. Gut. Das tut es. Das tut es. So, fertig. Man sieht hier vorne, dass ich vorgestern gemäht habe, ich habe es noch mehr drin, aber ich denke, bis zum Abend sollte das noch ziemlich schön sein. Es wird sicher nicht klipperdür, aber soweit vertrocknen, dass es zum Dreschen nicht mehr allzu sehr stört. Okay, gehen wir rauf, Kaffee trinken. Tschüss zusammen.